Engel! Meine Schwester wurde entführt. Ich bitte dich, rette sie! Wo sind die Plünderer jetzt? Dort! Die Straße runter! Bleib, wo du bist! Bleib, wo du bist! Engel, Engel, Engel! Alle nennen dich mit Freuden den Engel, nur weil du von der Kolonie kommst. Sind wir denn nicht auch nur Menschen? Hm? Warum müssen wir uns immer durch den Müll bühlen und vor den A.T. was verstecken, nur um zu überleben? Wieso? Aber... Weißt du es nicht? Hm... Du musst es doch wissen! Ihr seid wahrlich echte Engel! Es gibt so viele Schätze, aber keine so wertvollen wie die Materialien in eurem Körper. Und bei einem so hochmodernen wie deinem... Das wird ein Fest. Was soll ich sagen? Bedank dich später bei mir! Eve, geht es dir gut? Konzentrier dich nur auf mich, ja? Adam? Das waren Schwarzmarkthändler. Ich hätte nicht gedacht, dass die sogar Landetruppmitglieder angreifen. Ach... Was ist passiert? Sowas habe ich noch nie erlebt. Als ob wir mit den A.T. was nicht schon genug Ärger am Hals hätten. Gehen wir zurück in den Unterschlupf und bringen das in Ordnung. Gehen wir zurück in den Unterschlupf. Gehen wir zurück in den Auftrag des ZDF. Gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Vielen Dank.